Ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo. So, Mission startet in 3, 2, 1. Ich habe Hunger. Hast du was zu essen für mich? Alter, das ist nicht sein Ernst, ey. Auch nicht mehr viel. Ich habe hier eine Dose. Bühnersuppe. Ja, ich habe jetzt ein altes Shamway-Shandwich gegessen. Mal gucken, vielleicht... Ja, nö, wir gucken erst mal rein. Vielleicht finde ich ja drinne was. So. Wie ich einen Stau rummache. Oh, ich muss was trinken. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Hast du das gelbe... Ja. Gedrückt? Ja. Sicher? Ja. Weil das hat nicht klackgemacht. Ja, doch hat es. Einst. In einer längst vergessenen Zeit. Warum nimmst du die Pilze nicht mit? Hallo? Hallo? Ich bin voll. Ich kann zu Hause selber Pilze machen. Na und? Was wir haben, haben wir. Ja, aber was wir nicht haben, das brauchen wir. So. Zwei von zwei gesäubert. Ab nach Hause. Geil, ey. Hier sind die ganzen Pilze und so. Sieht aus wie bei mir im Schnüpper. Ja. Riecht auch so hier. Ja, dem mag ich nicht widersprechen. Wo bist du? Äh, immer den Gang weiter. Ja, ich gucke. Ui, oh Gott. Warum bin ich alleine, habe ich Angst, Jasmin. Ja? Da werde ich wieder so schreckhaft. Oh. Äh, hier im Rucksack ist noch was drin. Das können wir denn... Machetenteile. Und Geschossspitzen. Weil die nehme ich mal noch eben mit. Willst du die Machetenteile einstecken? Wenn du mal wartest auf mich. Äh, ich habe auch keinen Platz mehr gleich, ne? Ja. Die sind hier. Da, 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 da. Im Rucksack. Warte, warte. Da oben liegt auch noch ein Rucksack. Nee. Gar nicht. Oh. Sah so aus. Höh! Boah, moin. Wo kommt er denn her? Hallo? Junger Mann, würden Sie mich bitte einmal durchlassen? Oh, Mineninspektion. Wir müssen gucken, ob hier auch alles brandschutzsicher ist. Nee, 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 Freunde. So geht das nicht. Das gehört aber nicht hier hin, ne? Deine Quest schon erledigt? Nö. Deine? Wenn du mich schon so vormusvoll fragst. Wo ist er denn? Oben, wa? So. Schon viel besser. Bäh. Oh, mein Arsch. Okay. Warte, Jasmin. Leise. Ja, dann kann ich dir nicht helfen. Ich kann mir gerade nicht raus. Vorsicht, Jasmin. Geh da weg. Jasmin, geh da weg. Toll, Jasmin. Ich wollte noch gerade eins übersämmeln mit dem Bogen. Nein. Doch, wollte ich. Da, 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 da. Epp. Oh, was haben wir denn hier, Jeiles? Schön, ich kann gar nichts mitnehmen. Oh. Jo, genau. Bist du runtergefallen? Ja. Warum? Weil ich irgendwie nicht so weit springen konnte. Äh. Du hast keinen Platz mehr, ne? Äh. Scheiße. Ja. Komm ich nicht hier wieder raus. Bist du im Wasser? Nee, hier unten. In welchem Wasser denn? Ist da kein Wasser? Manchmal, du, ich weiß ja auch nicht, was mit dir nicht stimmt. Hä, wieso ist so eine berechtigte Frage? Ob du im Wasser bist? Hier gibt es kein Wasser. Ja, das weiß ich doch nicht. Ich bin hier oben. Bin nicht runtergefallen. Schön für dich. Eine Arbeiterkiste. Ja, ich kann nicht alles mitnehmen, ne? Ja, genau. Schubst ihn zu mir runter. Hab ich gar nicht. Du Jammerlappen. Ja, weil ich hier gerade versuche rauszukommen. Ja, und? Das war nicht meine Schuld. Doch. Wieso ist das jetzt meine Schuld? Wer soll denn sonst schuld sein? Ich hab gar nichts gemacht. Ey. Was denn? Ich bin doch zu blöde hier, oder was? Ich möchte mich dahingehend nicht äußern. Ja, wär auch besser. Ey. Ich hab hier mal ein bisschen Elektroschrott, ne? Au. Das hab ich nicht gesehen. Komm ich denn da ran? Geht das jetzt nicht. Komm ich da jetzt nur ran, wenn ich die Kisten kaputt mache? Oh nein. Eine Idee. Hier ungefähr, ne? Jetzt aber, ey. Einmal richtig ausruhen hier. Und. Toll. Ich bin eingesperrt. Nur das ist alles für ein Wasser. Wo bist denn du jetzt überhaupt? Eingesperrt. Hilfe. Du bist nach oben, ne? Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Muss für immer hier bleiben. 2.500? Ich spring da jetzt aber nicht nochmal rein. Die Faxen mache ich nicht mit. Ist da eine Quest erledigt? Ja. Sobald ich das Ding hier abgebaut habe. Wir müssen, äh, übrigens leider wieder den ganzen Weg zurückgehen, so wie es aussieht. Da oben geht es nicht weiter. Ich weiß nicht, wofür die Treppe ist. Ich weiß nicht, wofür die Treppe ist. Wo bist du? Ich habe eine Abkürzung genommen. Und wo? So 15,2 Meter unter dir. Ah. Nein. Nein. Oh, wuh. Ey. Fast. Schade. Nee. Dann wären wir wieder zusammen. Ich bin jetzt 8 überladen. Ich muss jetzt nach Hause und es ist dunkel draußen. Ich bin 9 überladen. Es ist noch nicht dunkel draußen. Und ich suche den Ausgang. Nee, warte mal. Hier lang, ne? Wo ist da nur die Treppe da runter? Bist du, als du zu mir gegangen bist, wo bin? Hä? Ich bin oben. Äh, unten wieder. Ich bin schon draußen gleich. Du stehst, richtig? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich Richtung Ausgang. Hallo. Du bist gerade allein. Hallo. Ja, ich habe dich noch gesehen. Ich wollte eigentlich schnell weglaufen, aber, äh, das geht in meinem Zustand nicht. Kann ich mich irgendwie heilen? Selbstredend nicht. Und Hunger habe ich. Ich habe hier eine Dose. Äh, ich könnte sie nicht aufnehmen. Ärgerlich. Ja. Aber ich kann ja kurz was ablegen. Wenn es dir genehm ist. Wo bist du? Hinter dir. Ich gebe dir eine Dose, hier. Jasmin, warte auf mich. Ah, ich bin nicht so still. Ach so. Bei mir leuchtet alles rot. Warte. Bist du soweit? Warte. Warte, 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 warte. Äh. Äh. Okay. Nam, 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 nam. Ernst? Nee, sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Nee. Folge dem Weg, Jasmin. Folge dem Weg. Aber da oben ist auch noch eine Kiste drin. Wo? Da. Da. Siehst du die nicht? Die habe ich doch schon geöffnet. Ja? Ja, die habe ich schon gelootet. Sicher? Ja, da habe ich mir Sachen rausgenommen. Ach, das ist da. Jasmin? Ja? Mir geht es nicht gut. Mir auch nicht. Ich bin hier irgendwie. Jetzt. So, dann erst mal at home, oh wow. Ja, ich habe Schmerzen. Und Hunger. Und wenig Leben. Bei mir ist alles voll. Das freut mich für dich. Weiß, danke. Solange es dir gut geht, ist mir mein Leiden egal. Nee, nee. Habe ich doch nett gesagt, oder? Aber nicht so gemeint. Was ich meine und was ich sage und was ich denke und was ich nicht denke, das ist ja alle. Aber hier ist nochmal Nitrat, ey. Das ist nur drei Paar Schuhe. Aua. Ja, genau. Ich kriege Damage, weil ich auf dem Vorderen... Ich bin mit meinen Klöten gegen den Lenker geknallt, als ich da vorwärts runtergefallen bin. Hier ist noch ein Baumstumpf. Hm. Den werde ich nochmal eben hier, äh, einverpulen durf. Und? Kein Honig. Hattde ich auch vorher nicht. Weißt du, warum ich keinen Honig kriege? Hm? Weil das Spiel der Meinung ist, ich bin süß genug. Oh mein Gott. Jetzt dreht er durch. Jetzt kriegt er aber ein zu viel. Oh, der hat doch einen in dem Arbel. Tja, tja. Hört, hört. Liebe Gemeinde. Was machst du? Ich habe Nitrat abgebaut. Ach so, ja. Ich hätte noch am Händler rangekonnt. Noch hat er dir ja offen. Hä, ist halb acht. Ja, hat er nicht bis acht auf? Glaube nicht. Irgendwie drückt man ein neues Headset gerade. Wenn ich jetzt acht von Uhr. Warum drückt man ein neues Headset? Ich weiß nicht. Ich habe wohl bemerkt, das alte nur in heile. Oh, das alte hat nicht so gedrückt. Da werde ich wohl noch mal ein bisschen was nachstellen müssen. An den Stellschrauben spielen. Jasmin. Ja, das muss ich wohl noch mal ein bisschen was nachziehen müssen. Ja. Meiner Brülle von Feierabendbieder. Ach, das muss doch wohl tun, so. Ja. Alkohol und Honig. So, ich bin jetzt gleich zu Hause. Ich bin schon beim Savage Country. Mhm. So. Irgendwie, je öfter wir zu unserer Basis kommen, desto weniger beknackt sieht die aus. Toll. Wenn irgend so ein Spacko hier ein Loch gebuddelt hat, hänge ich jetzt hier fest. Mhm. Es wird der Tag kommen, ne? Da kippe ich Zement in die Scheiße. Scheiße? Da stopfe ich dir alle Löcher. Mhm. Also, äh, die du gebuddelt hast hier. Das ist auch noch mal ein Nitrat. Was ist denn da da oben überhaupt? Ja. Auf zur Basis, Jasmin. Mhm. So, was können wir denn nächstes Mal dem guten Joe andrehen? Irgendeine Knarre oder so. Wir haben ja so viele. Ja, äh, knarren kann man halt immer gebrauchen, ne? Naja, aber wir haben ja so doppelte auch. Oder Sportflinten oder so. Also das, was wir wirklich sehr oft haben, das könnten wir denen andrehen. Würde ich sagen. Ja, sag ich doch. Ja, aber nicht warten. Jasmin. Schon mal ein Texaner die Waffe weggenommen? Weißt du, was da passiert? Passiert? Weißt du, was da auch passiert? Der dreht durch. Das sagst du auch noch. Weiter. Ich bin nicht dein Gott, aber es ist okay, wenn du mich so nennst. Weißt du, das meine ich auch nicht. Oh. Oh. Das hat jetzt mein kleines Herz aus Metall und Schrauben gebrochen. Schrauben. Boah, wir haben schon so viel Bier und keiner süppelt den Kram, ne? Ja, wozu ist das? Da kannst du mit kochen. Achso, ja, geil. Oder einen Kuchen kannst du damit, glaube ich, machen. Oh, geil. So, was hab ich denn hier? Ich muss einmal an die da. Da haben wir Kohle. Nitrat. Dement. Blau-Saustein. Geschmiedet ist ein. Das kommt da rein. Ich hab fast 60 Pilze noch gesammelt. 60? Hm. Äh, Geschossgeschwindigkeit 45, 200% Schleichschaden und 52. 50. Der Wogen ist besser, ne? Ich möchte das mal verändern. Gut, das gilt nicht. Aber das geht. Dann behalte ich nämlich den Bogen, der ist geiler. So wie Laila. Laila? Ich hab'n. Oh, schau. Glück habt. Ähm. Ja. Wo kriegen wir hier die Sachen runter? Wir brauchen unbedingt mehr Kisten, Jasmin. Ja. Also mehr System. System. Und eine Sisterne. Oh, hat das gerade geblitzt? Hä? Hat das gerade geblitzt? Weiß nicht. Hat es? Weiß ja nicht. Flussmond ist vorbei. Na ja. Gibt doch trotzdem zwischendurch Gewitter. Wacken ist vorbei, du. Und die, ja Mensch. Wacken. Wacken. Warte mal. Da kann der da noch rein. So. Haben wir hier noch einen drin? Da ist gar nichts. Hier haben wir noch ein Lehm. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen Holz. Ich hab' nur eine Batterie. Ich weiß gar nicht, was wir mit so vielen Batterien holen. Reicht doch. Gewitter. Tatsache, Jasmin. Gewitter? Ajo? Wo war das Gewitter? Hörst du dich schrecklich an? Haben sie Gewitter? Gewitter? Hm, hm, hm. Tadadada. Ah. Hm. Waren die hier noch? Habe ich mir gedacht. Aha, 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 aha. So allmählich kehrt auch ein bisschen Ordnung rein in dem, wo wir schon Ordnung haben, ha? So. Das ist doch wunderbar. Jetzt habe ich dir erstmal wieder alles weg. Hey. Pst. Hey. Pst. Hey. Hey. Hey, 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 oh. Oh. Boah, sieben Damage hat die gemacht. Das kriege ich nicht repariert. So viel Holz haben wir gar nicht. Au. Hör auf. Aua. Au. Was hol dir denn? Arsch. Nein, tu so nicht. Wadab. Ey. Fuck. Fuck. So, ich könnte. Kannst du nicht. Sabbel. Okay. Aua. Knack. Wenn du das so liebevoll zu mir sagst. So. Dann. Dabei erstmal. Wofür ist das gut? Warte mal. Ein Ambus hätten wir beim Händler kaufen können. Ich sehe gerade, den können wir in den Schmelzofen reinschmeißen. Ambus. Am. 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 Am ist der Boss. Ein Werkzeug, das in einer Schmiede aufgestellt werden kann. Erhöht die Fertigungsgeschmiedigkeit dieser Schmiede. Ah. Oh. Haben wir noch einen Blutmod oder warum wird das so rot? Nö. Rot. Grauer Himmel und normaler Sonnenuntergang. Mhm. Was haben wir denn hier eigentlich noch gehabt? Jetzt haben wir hier noch Schrotz gehabt und Ärztehilfe. Sieht auch so weit schon mal Judo aus. Ja, ich würde uns tatsächlich noch gerne Schlafzimmer machen. Und eine Küche. Und eine Küche, eine richtige. Ja. Aber dafür bräuchten wir ein bisschen mehr Raum, ne? Ich hoffe ja nicht zusammenkracht da, ey. Ich meine, wir haben ja hier noch so'n... Aber hier vorne die Ecke, die könnte man anders nutzen, ne? Hier haben wir den Eingangsbereich. Wie sieht denn das hier aus mit, äh, von der Rüstung, ne? Guck dir mal meine Keule an, Digga. Sei lieb zu mir. Nice. Ah, nice ist scheiße. Kann ich das auch? Das sind die Mods. Du musst mal die Mods durchgehen. Ja, ich hab ja welche drauf. Ich hab eins, zwei, drei, vier Stück drauf. Echt nicht. Eine reicht erstmal. Die hast du jetzt genommen, ne? Die geht auch gar nicht. Achso. Schlagring, Werkzeug, Gewehrteile, Stahlsperrspitzel, Maschinengewehrteile. Äh, Stahlvorschlaghammer, Machete, geht nicht. Mit Teil. Geil. Schalldämpfer. Wo hast du raufgeschossen? Weit weg. Ich hab nach draußen geschossen. Wo hast du den Schalldämpfer her? Hatten wir eine Mod, ne? Ja. Was willst du jetzt? Jetzt wird er nervös. Jetzt wird er nervös. Ne, den hatte ich schon gesehen. Äh, macht zwar lautlos, aber verringert, glaub ich, den Schaden. Mir egal. Hauptsache, das kriegt nicht immer jeder mit. Schockstabteile. Ja, der hat halt nur Stufe 1. Jetzt wäre mal so ein Zombie ganz nice hier zum gucken. Zum testen? Ja. Na, das hier gefällt mir noch nicht. Von der Höhe? Lieber in die Breite gehen. Oder nach hinten nochmal einen Kasten ansetzen. Was hier? Geht das vergrößern? Wir sagen würden, auf die Breite gehen wir raus. Dann hätten wir ein bisschen mehr Platz, ne? Ein Bieskin. Aber jede bauliche Veränderung kann natürlich hier alles bauliche auch verändern, ne? Hm. 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 Wie kann ich denn das reparieren? Hier meine gefütterten Brustpanzer. Geh doch einfach mal auf Reparaturen, der zeigt dir das doch an. Der geht nicht, der zeigt mir, nee, kannst nicht rauf, ist grau. Du brauchst Eisen, glaube ich, wenn du den hast, den ich denke. Eisen? Eisen. Eisen? Eisen. Eisen? Mit dem Metall und Eisen. Eisen ist oben, ne? Über den drei Spielen. Da in der Kiste, ne? Ja. Wo Heavy Metal drinsteht. Ja. Den schweren Metall, ne? Ja. Ja. Kann ich trotzdem nicht reparieren. Kannst du nicht? Ich weiß ja nicht, was die ausforderlichen Materialien hier sind. Brauchst du vielleicht Leder, weil du noch eine Tiermod, äh, so ein Dings hast, so ein Fels-Teil? Ja, wo, 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 wo? Wo bist du denn? Hä? Äh, draußen auf dem Balkon? Hä? Da, wo die Küche ist, auf der, ach so, ja, kommt die Treppe hoch. Hä, welche Treppe denn? Er ist da beim Blutmond. Was? Beim Blutmond? Ja. Ich weiß nicht, was du gerade meinst. Beim Schubser, an der Treppe, da, wo wir Blutmond machen. Na toll. Kommt der runter? Nein. Ey, was macht der da oben? Er macht alles kaputt. Äh. Bist du schon da? Ja, geht richtig geil, ey. Ja, ich hab den vorgeschossen, ne? Falls du jetzt gucken wolltest, wie viele Schuss du brauchst. Was für ein Schuss? Ich meine, äh, meine Keule wollte ich ausprobieren. Ach so. Na dann. Falls du herausfinden wolltest, wie viele Schläge du brauchst. Ja. Habe ich, vielen Dank. Hast du dir auf den Finger gehauen, oder was? Ja. Ich hatte meine, ich hatte meinen Finger zwischen Axt und Geländer. Das tat ziemlich weh, Jasmin. Ich habe fast geweint. Glaube ich dir. Und ich weine fast noch. Oh, hier ist, glaube ich, noch einer, oder? Ja, da. Jetzt kann ich den Schalldämpfer mal ausprobieren. Das hört sich so geil an. Rot. Hast du aber einen Schuss mehr gebraucht, ne? Oder hast du nicht getroffen? Ich treffe nicht immer, aber er ist tot. Geil. Und kriegt nicht jeder mit? Nee, das stimmt allerdings. Und hört sich halt cool an, ne? Ja. Voll cool. Aber hier ist noch irgendwo einer. Oder? Was haben wir denn jetzt halt lauter drin? Ich höre nix. Nee. Nee. Nee, da habe ich mich verhört. Da hast du dich wohl verhört. Jetzt konnte ich wenigstens zweimal meine Sachen testen. Testen. Aber Leder haben wir... Doch, Leder haben wir doch nicht. Doch, Leder haben wir voll viel. Ja, ich muss mal gucken, wie ich den... Weil der ist kaputt, Bester. Ja, das verstehe ich natürlich nicht mehr. Malte halt. Ach, Mann, ey. Oh, das verkehle ich. Aber ich vergesse auch immer, dass wir aufnehmen, ey. Ja. Kann ich immer noch nicht reparieren. Am liebsten würde es hier die ganze Zeit rumforzen wie so ein Blöder, ne? Aber wir nehmen ja leider auf. Nein, danke. Kann immer noch nicht. Repare sie mit Stoff. Achso, Lumpen. Stofffetzen. Jetzt habe ich hier gleich alles drin. Jetzt kann ich natürlich auch reparieren. Ja, jetzt ist es wieder auf Stufe 6. Ich müsste bei mir auch gleich mal durchgucken. Helm. Reparieren. Gut. Ich habe hier Eisen. Ich habe doch hier Eisen. Achso. Der Helm. Reparieren. Gut. Oh nein. Jetzt gibt es Action, Baby. Oh nein. Oh, geil. Oh, kacke. Oh, nice. Oh, verdammt. Wo ist sie denn? Da. Da war sie. Aber sie hat hier ihre Freunde mitgebracht. Ich habe einen Bogen. Und du? Ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Ich kann meine Pfeile nicht halten. Oh. Der Dicke ist hingefallen. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass der Bogen ein bisschen mehr Damage macht. Der andere kam hier irgendwie stärker vor. Hier ist es nur schneller, oder? Ich glaube, du kriegst die ganzen Punkte. Also, ich habe das Gefühl, der Bogen hier ist schwächer. Hat da noch einer geschrien, oder war er das? Nö, das war nur er. Alles cool, auf den billigen Plätzen. Wir sind wieder back im Biss. Das war es schon? Das war es schon. Ach, das ist ja... Lahm. Du hättest sie mal öfter schreien lassen sollen. Ja, oder? Oh Gott, ey. Ich habe mir keine Munition, gar nichts. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Aber ich finde es gut, dass du so sparsam mit unseren Ressourcen umgehst. Hä, wieso? Ich mache doch jetzt neue. Ich mache doch jetzt neue hier. Da ist noch einer. Ja. Gerade runtergefallen? Wo denn? Der haut doch schon wieder irgendwo gegen. Tschüss. Nein, ich habe dich getroffen. Hey, wo bist du denn? Rechts. Wenn du rechts runter guckst, siehst du mich. Ey, der Jod haut ihn irgendwo gegen. Jetzt nicht mehr. Jetzt kommt er hoch. Ne, doch nicht. Jetzt ist er weg. Ey. Alter. Jetzt kommt er hoch. Boah, ich habe sie in Leiche erwischt. Schön. So. Fehlt noch einer oder was? Oh. Vielleicht. Den heißt aber auch nicht. Kopfschmerzen, ey. Ne, das geht ja nicht. Was müsste denn der hier sein? Hm. Am Gesicht? Am Gesicht? Hm, das wird nix hier. Bewegungs-Sensoren auch noch. Geht leider nicht besser. Aber hast du unten Stützen gemacht? Nö. Warum? Noch nicht. Alter. Wo gehen die ab hier? Deine Stachel fallen. Oh, wir haben schon viele jetzt hier, wa? So. Ja, hier ist gut was los, ne? Hm. Hab ich mir auch gedacht. Hm. 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 Jetzt kann man die natürlich nicht in die Ecke platzieren. Schmeck mal weg hier. Aber ich krach das nicht ein, ey. Nee, nur das Geländer. Nee, ich mein, weil du keine Stützen gemacht hast. Achso, nee, dann wärst du ja schon eingekracht. Naja. Weg damit! Ich weiß gar nicht, wie die Übergewichtigen, die nicht mehr laufen können, wie die den ganzen Tag nur im Bett sitzen können und die Beine nicht bewegen und so. Das ist ja voll unangenehm, ey. Schwerkraft? Boah. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Musst du Dr. No fragen? Ich könnte das auch nicht. Oh, ey. Zwölf Stunden PC sitzen, das geht. Nee. Also zwölf Stunden Wettliegen, da krieg ich Rücken. Nee, auch so sitzen oder so. Geht auch nicht. Wartüber Stunden sitzen? Ja, so wie jetzt, ja. Klar. Nee. Achso, warte mal. Machen wir mal eine fertig? Das war wichtig. Das hört sich immer an, wenn ich so... Ich würde vielleicht hier sogar mentieren. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Also es würde stabiler aussehen, auf jeden Fall. Aber wenn wir das so machen würden... Ja, dann geht's in der Ecke. Hau den Zaun, hau den Zaun weg. Hau den Zaun weg mit meiner Axt. Ich bin männlich. Hau den Zaun, hau den Zaun weg. Hau den Zaun weg mit meiner Axt. Ich bin männlich. Jasmin, guck mal, wie männlich ich bin. Bei meiner dicken Axt muss ich nichts mehr kompensieren. Dicken Axt. Dicken Axt. Was? Ich hab das nur nachgemacht. Was? Smoke on the water? Eben der Ton hier, Mensch, jetzt. Den Sound-Effekt, Jasmin. Den Sound-Effekt. Das hast du echt gut gemacht. Ich dachte, das wäre live aus dem Spiel. Ich habe den Unterschied zwischen dir und Spiel-Sound nicht mehr erkannt. Ich konnte partout nichts mehr unterscheiden. Kannst du es ruhig. Bitte? Danke. Dankeschön. Bitteschön. Das finde ich super. Machst du was kaputt? Herzlich aber allerliebst. Was? Machst du da gerade was kaputt? Nein. Wieso? Doch. Hörst du was? Ich höre gleich einen jaulen. Au. Mama. Mama. Du darfst mich nicht hetzen. Mein Bein ist gebrochen. Das hält, ja. Bist du sicher? Ja, sicher. So sicher als... Hey, ich habe schon Sachen gebaut, die waren stabiler. Und die sind zusammengekracht. Richtig. Also was machst du dir noch Gedanken? Ich brauche mal Beton und Pflasterstein. Beton. Wir haben aber so gut wie kein Beton mehr. Das ist natürlich kacke, ne? Noch nicht mehr viel Pflasterstein. Ja, wir müssen unbedingt wieder in die Büste Sand abbauen, aber ich will dafür einen Erdbohrer haben. Das ist sonst so mühselig. Mühselig. An das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Auch gerade gedacht. Wir sind so stark miteinander verbunden, wir beenden sogar gegenseitig unsere Zahnpasta. Stuhlgänge. Ah, ich hätte vielleicht einen Stein der Ecke anfangen sollen, ne? Oh. Ah, das wollte ich zwar so nicht, aber gut. Ich brauche mal 15 Zementen. Ich glaube... Der Stopp hat Mischverhältnis ist so 1 zu 1, ne? Bei Sement. Äh, Beton. Ah ne, ich brauche Stein auch noch, ne? Alter, kommst du klar? Äh, nö. Kommst du mit? Die Turm ist schon... Ach, du sch... Heilige... Ja, ich brauche 15 Steine. Linge! Haben wir noch Steine? Haben wir noch ein bisschen Stein hier im Lager? Na, Logen. Oder müssen wir die Kinder wieder einen Steinbruch schicken? Ach, ja, deine Tochter... So, bitte schon eine 10, doch mal. Liegen aber die Steine. Oh, ich habe einen Muskelkater. Okay. Sport, oh. Jetzt kickt der Muskelkater. Wie lange dauert das? Ach, gar nicht so lange. Durst hat's Durst. Durst? Ich kann mir auch mal eingenehmigen hier. Aber bei mir ist eher Nahrung, Essen. Ich vernachlässige wieder meine Gesundheit. Ich meine eigentlich mich. Ich habe Durst. Scheiß auf dich. Was? Was? Wer würde so mit dir reden? Du nicht. Ich nicht. Was ist denn kochen hier? Jetzt Vorzeige Rabauke, der ich ja nun mal bin. Rabauke. So, pass auf. Das muss ich ja einmal kopieren hier. Oh, 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 oh. Oh, hier. Ah, geil. Scheiße. Was machst du denn? Nix. Nix Sinnvolles? Nee. Mir gefällt die Basie viel besser so. Das hier gefällt mir auch besser so. Geil. Alter, ist das dunkel. Man sieht das gar nicht. Alter, habe ich Hunger. Wieso sieht man denn unseres nicht mehr so gut? Was denn? Die Fackeln aus, oder was? Vom Weiten sieht man unseres kaum. Ja, müssen wir mal ein bisschen mehr Beleuchtung machen, oder? Lockt das hier nicht an? Ja. Ich glaube schon. Aber wie heißt sie so schön? Glauben, müssen wir es nicht wissen, ne? So. Und jetzt, glaube ich, ähm, da haben wir noch zehn. Boah. Ach, ich koche die aller ab und dann. So. Ich mach hier was richtig Schickes, Jasmin. Na? Ja. Okay. Das ist schon mal ganz akzeptabel. So, die drei noch. So, ein bisschen Essende kochen hier auch. So, ein Beete- und Felderblock ist ja einen ganzen Block hoch, ne? Hm. Ähm. Jasmin? Ja? Wanderschaft? Ja? Geil. Wo denn? Äh. Wo denn eine Straße? Ich hab einmal auf uns aufmerksam gemacht. Kommt die Treppe hoch? Das gibt XP. Ich schieße die alle einmal an, um die anzulocken, ne? Na ja, ich geh hoch. Boah. Also, von der Entfernung her ist der Bogen schon geil. Kommen die auch her jetzt hier zu mir? Boah. Oh. 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 Da liegt ein Lootback, Jasmin. Da liegt ein Lootback. Voll, das Hirn weg ist. Fetzt. Das war's schon? Voll. Keiner mehr da? Doch, da unten kommt Big Mama nicht hoch, die Treppe. Darf ich mal gucken? Hol dir den. Habe ich für dich geschossen in Lootback. Danke. Ich hätte mir lieber selber geschossen. Aber okay, danke schön. Kannst du den holen? Mein Bein ist gebrochen. Ich brauche ewig. You're really, ernst. Ja. Mein Bein ist immer gebrochen. Ja, ich weiß, Jasmin. Boah, was willst du machen, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich weiß. Da kommt noch einer. Mensch, ich habe keine Zeit. Ich habe coole Ideen. Wo sind wir? Ich weiß ja nicht, ich habe ihn nur gehört. Ach so. Ich muss nämlich einmal ums Dach. Aber wo habe ich ihn gehört? Ich will noch eine Kleinigkeit machen. Hä? Ich habe nichts gehört, ich weiß nicht. Ich habe nur gehört. Oder warst du das schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Jasmin. Man nennt mich nicht umsonst, Patrick, der Unwissende. Geil, ich mag das, wenn hier sowas viel los ist, ey. Ja. Das ist Frucht und ich brauche, aber haben wir nicht. So, was habe ich denn gekriegt? Eine Schrotanzugmaske. Und Schrotflinten. Wo sind die ganze Schrotflinten-Moditionen hin? Oben. Ah, jetzt habe ich die aber hier reingepackt. Weil wir das da ja eigentlich hatten. Ja. Putzker schützt sich nicht nur vor Strahlung. Sie kann dich trocken und einigermaßen warm halten. Geil. Hier fehlt noch ein Tisch und noch ein Stuhl. Also wir brauchen Tische, Stühle. Echt so ein Grill noch hier um die Ecke? Kann ich... Nee, warte. Das ist ja doof. Ja. Kann ja auf diese Maske gar keine Mods machen. Nö, dann will ich die nicht. Äh, ist nicht das Richtige? Ist auch so hoch. Ich will immer in das andere Baumenü. Gibt es nicht, gibt es nicht, gibt es nicht. Äh, dann... Nein. Stängel? Stängel? Ja, Stängel. Stängel, Stäbe. Stäbe waren das. Tisch. Wieso kann man Stühle in 45 Grad drehen, aber so ein Tisch nicht? Hm. So, den können wir ja dann wieder aufnehmen, wenn wir ihn brauchen. So. Hm, 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 hm. 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 Ach, ich bin damit noch nicht ganz zufrieden. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Das ist ein Hurtisch. Oh, wieder Fleisch jagen gehen. Fleisch jagen? Naja, wir brauchen Fleisch. Ja. Das habe ich mir nämlich gedacht. Perfekt ausbalanciert. Also das nicht. Es ist aber auch schon die mittige. Ja, blöd ist, dass wir hier nur zwei Breit sind. Ich hätte gern so mittig davon. Mittig. Machst du es aber schick hier, wa? Ja. Geil wäre, wenn man sich auch noch so hinsetzen könnte, ey. Ich will noch irgendwie gucken, ob ich so einen Grill oder so gebaut kriege. Hier mit dem, äh, irgendwie, dass das aussieht wie so ein gemauerter Grill oder so. Und dann packe ich da die Feuerstelle rein. Essen kochen. Dann habe ich ja idyllischen Ausblick. Hier habe ich Jucca gepflanzt. Dann ist das hier so eine Palme. Ich hoffe, dass sieht später gut aus. Aber hier bin ich mir noch nicht sicher mit dem Blumentopf. Wo ist hier ein Blumentopf noch? Ja, habe ich gerade weggenommen. So. Ich hatte hier so eine Säule und da drauf hatte ich einen Blumentopf hier an der Wand. Hinter dir. Aber das passt da irgendwie nicht so hin. Außerdem machen wir keinen Blumentopf mehr. Ah, Scheibenkleister. Na gut, da mache ich mir in der nächsten Folge Gedanken zu. Wir sind nämlich schon bei über einer Stunde. Ach was? Mhm. So. Bis zur nächsten Folge mache ich mir mal ein paar Gedanken. Dann machen wir hier mal ein bisschen die Terrasse schick. Sammeln dabei XP und gehen dann mal gucken, dass wir irgendwann unser Auto fertig kriegen. Dann machen wir die richtig geilen Luton. Jasmin, hast du noch einen Witz zum Abschied? Nee, ich bin hier nicht so der Witze-Erzähler. Das kannst du auch. Du kannst es zwar auch nicht, aber du bist dafür bekannt. Ich fand den Witz ganz gut, dass ich Witze erzählen kann. Hm. Was ist ein Leber? Vergess mir das. So, schaltet morgen wieder ein. Wir würden uns freuen. Lass gerne einen Like da. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.